Moin! In dieser Folge von Wortguide geht es um den Begriff Phrase. Mindguides 1. Die Bedeutung Als Phrase wird eigentlich eine Redewendung bezeichnet. Heutzutage wird der Begriff vermehrt abwertend benutzt, als eine nichts-sagende Aussage. 2. Die Herkunft Der Ursprung liegt im lateinischen Wort Phrases und kann übersetzt werden als Sagen, Aussprechen oder Anzeigen. Der Ursprung liegt im lateinischen Wort Phrase. Der Ursprung liegt im lateinischen Wort Phrase. Der Ursprung liegt im lateinischen Wort Phrase.